Willkommen zurück, ihr Lieben, bei Totgeschwiegen. Ich bin die Luzi und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich muss euch gestehen, ich muss diese Folge leider nachvertonen, weil ich es irgendwie geschafft habe, meine Tonspur nicht abzuspeichern, was mich gerade sehr ärgert, aber wir können ja nicht den Spielverlauf dadurch ändern. Wir sind auf jeden Fall gerade auf der Suche nach dem Ärztehaus. Wir haben die Maria Geschwendner entdeckt. Das ist dann wahrscheinlich die Mutter von dem Herrn Geschwendner und sind auf der Suche nach dem Ärztehaus. Hier geht es an der Stelle leider nicht weiter. Da kann ich zwar das Zauntor öffnen, aber ja, weiß nicht, ob ich da... Okay, hier jetzt auf dem richtigen Weg bin. Eher würde ich jetzt den Arzt nicht auf dem Feld vermuten. Ach, das tut mir so leid mit der Tonspur. Naja, aber hoffentlich kommen wir gegebenenfalls weiter. Was haben wir? Hier haben wir nichts. Wir gucken mal. Nein, hier gibt es nichts für mich zu holen. Und dann... Oh, da ist jemand. Was machen wir da? Okay. Okay. So, Gedanken verloren, läufst du auf der Straße beinahe in einen jungen Mann hinein. Als du dich entschuldigen möchtest, erkennst du ihn als die Wache, die dich am Vorabend an der Brücke abgewiesen hat. Okay. Ja, da schau her. Wen haben wir da? Wer hat denn die ins Dorf gelassen? Hast jetzt du die ins Dorf geschlichen? Das gibt's ja nicht. Meinst du, lass mich verorschen? Geh her. Gleich schebert's. Uiuiui. Da geht's aber jetzt rund. Jetzt passiert was? Ne? Ah doch, der kreift mich an. Uiuiui. Hey, hallo? Oh. Ah, hier muss der echt auf alles gefasst sein. Die schmackst du glatt. So. Gib's ihm. Auf die Zwölf. Komm, nochmal. Noch ein bisschen. Auf. Los. Wunderbar. Ah, jetzt beruhig dich ja mal wieder. So war das jetzt auch nicht gemeint. Ach ja, jetzt auf einmal war es nicht so gemeint. Wunderbar. So. Komischerweise behalten wir jetzt aber das rote Auge. Wir sammeln mal noch Steine ein und suchen immer noch das Haus des Arztes. Ich bin gespannt. So. Finden wir das? Nein? Ne, Feuer brauchen wir jetzt keinen. Ist ja nicht so kalt. Gefrühstückt haben wir auch. Hm. Aber eigentlich, wenn wir auf dem Weg zum Arzt sind, wir sollen ja genau da lang am besten. Da steht noch einer rum. Da. 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 Da oben war der Läumel nochmal, aber den brauchen wir jetzt auch nicht. Hier. Schicken Achselshirt. So, da ist der Bürgermeister. Arzthaus. Super. Endlich. Okay. Das wird die Haustür des Arztes sein. Klopfen. Im Haus bleibt alles still. Chance. 60% für Umsehen. Schauen wir das. Ah. Ah. Okay. Noch eine. Einmal. Sehr gut. Hinter der Fensterscheibe gleich neben der Haustür liegt ein Zettel, auf dem fast unleserlich geschrieben steht Auf Apothekenbesuch in der Stadt. Bin in ein paar Tagen zurück. Leider ohne Hinweis auf das Abreisedatum des Arztes. Hm. Das heißt, da kommen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht weiter und müssen das Haus leider wieder unverrichteter Dinge verlassen. Ja. Arzt Schweighöfer. Was haben wir hier? Hier, ich brauche noch einen Hinweis. Ich sollte den Tatort untersuchen. Da sind wir irgendwie noch nicht so ganz fertig, ne? Ich muss den Täter finden. Alles nicht so, wie wir es gerne hätten. So, das heißt, wir gehen am besten... Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir gehen nochmal zum Tatort, weil das ist ja immer noch ausgegraut, ne? Und eigentlich müssen wir, ähm... Muss das ja abgeschlossen sein. Aber das funktioniert noch nicht so. Was? Ne, ne, ne. Hier ist doch nicht. Falsche Richtung. So. Jetzt gucken wir nochmal. Wir laufen zum Tatort und gucken, ob wir da nochmal was finden. Oder wir gehen direkt nochmal gerade hier... Wir haben, glaube ich, auch noch was mit dem Schorsch zu klären. Oder habe ich mich jetzt gerade verlaufen? Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Oh mein Gott. Das ist natürlich jetzt hier umständlich. Im Spiel verlaufen und das Dorf ist schon nicht groß. Das ist echt, ey. Boah. Reise ich? Nein, ich reise nicht. Ah, da. Eine Holdemeite mit rotem Haar. Die Frau Oberlechner. Mhm. Die kleine Frau hat einen freundlichen Blick und ein leichtes Grinsen im Gesicht. Grüß Gott. Na so, ein adretter junger Mann. Da, schauen Sie her. Sie sind Frau Oberlechner, richtig? Die Haushaltshilfe von Pfarrer Bayerle. Ja, ja. So ist's. Gar seltener Besuch. Das ist mir ja eine Freude. Die Freude ist meinerseits, darf ich mich vorstellen, Valentin Schmidt, Physikatsberichterstatter. Ich bin aus der Stadt geschickt worden. Ja. Da, schau her. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir bei etwas behilflich sein könnten. Freilich. Was brauchen Sie denn? Kann ich Ihnen vielleicht zuerst ein Kaffee anbieten, Herr Valentin? Das ist wirklich freundlich. Herzlichen Dank, Frau Oberlechner. Mei. Nennen Sie mich doch bitte Renate, Herr Valentin. Sonst komme ich mir gar so alt vor. Gerne, Renate. Ja, bitte, Herr Valentin. Hm, wir gehen mal. So. Und da kommen wir nicht weiter irgendwie. Schauen wir mal auf die Karte, genau. So. Wir müssen zum Tatort und zu der Frau am Fenster. Dass wir da irgendwie nochmal weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Arzt, den Tatort in Augenschein nehmen. Und dann mal gucken. Wir sind ja jetzt da vorne. Genau. Und da komme ich ja nicht weiter. Da ist wahrscheinlich blockiert. Ja, genau. Da standen ja abends die Wachen. Deswegen komme ich da nicht vorbei. Da ist die Kirsche. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal einmal quer durchs Dorf, um zum Tatort zurückzukommen. Und das rote Auge oben ist immer noch da von den Wachen. Ich finde es gerade seltsam. Okay. Wir versuchen es einfach. Reisen. Genau. An's Ende des Dorfes. Nicht zum Schormaier. Kirsche sind wir doch, dachte ich. Osten. Irgendwie habe ich mich verzettelt. Fürchte ich. Hm. Da war ich ja. Oder auch nicht. Jetzt wird schon wieder langsam dunkel. Das ist auch jetzt wieder schlecht. Hm. Lauf, Johnny, lauf. Auf geht's. Komm. Wir müssen zum Tatort. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendwas passt noch nicht. Und die Frau am Fenster haben wir noch. Da hatten wir bisher auch noch kein Glück. Das müssen wir unbedingt noch mal versuchen. Das wäre schon wichtig. Dass wir das hinkriegen. Naja. Wir laufen jetzt erstmal hin. Wir sind ja jetzt wieder orientiert. Das Navi ist wieder funktioniert nach einem Neustart. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch da am Tatort irgendwie weiterkommen. Gut, da hätten wir jetzt eben hinreisen können. Haben wir irgendwie verpeilt. So. Dann schauen wir mal, ob wir doch noch was sehen. Aber es bleibt alles schwarz-weiß. Gar nichts. Nichts. Tatort Blut. Aber das hatten wir ja eigentlich. Was ist da durcheinander geraten? Es bleibt alles schwarz-weiß. Gar nichts. Das ist auch schwarz-weiß. Sieht zwar im ersten Moment so aus, als wäre da was, aber es ist eigentlich nicht. Keine Chance. Da ist nichts. Finden wir nicht. Auch nicht, wenn wir die Perspektive wechseln. Irgendwas passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Die Quest noch nicht richtig gemacht. Wir müssen da nochmal weitersuchen. Das sieht nach Blut aus. Hier muss jemand verletzt worden sein. Genau. Das hatten wir ja schon. Weitergehen. Da passiert auch nichts mehr jetzt. Wie oft will ich es eigentlich noch anklicken? Keine Ahnung. Da ist diese kleine Gedenkstätte. Vielleicht mal da oben. Vielleicht finde ich da oben noch irgendwas. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas ist, dass der Lenz bis da hoch... Keine Ahnung, vielleicht ist er am Berg runtergerollt. Da sind ja so Karrenspuren. Ist hier was? Ne, hier ist eigentlich auch nichts, ne? M-m. Gar nichts. Vielleicht ja doch die Frau am Fenster nochmal probieren. Das wäre noch so eine Alternative. Och, es dämmert auch schon wieder. Ich muss schon wieder bald ins Bett. Bin mal gespannt. So, hier ist auch nichts. Ne. Da ist die Blutlache. Das muss die Stelle sein, an der Lenz Glas Leiche gefunden wurde. Umgebung untersuchen. Schafsinn. So. Ja, schön. So. Hm. Okay. Du stehst westlich vom Wirtshaus. Hier endet das Dorf. Die Straße führt von hier aus Richtung Schaumeyerhof. Du siehst, wo sie im Wald verschwindet. Da muss der Weg sein, den Lenz nach seinem Besuch im Wirtshaus genommen hat. Du kannst von hier aus die Fenster des kleinen Hauses sehen. Dann müsste es auch möglich sein, von dort den Tatort zu beobachten. Vielleicht haben die Bewohner ja was gesehen. War da was? Hm. Okay. Hm. Misserfolg. Schade. Und den Boden genauer untersuchen? Der Boden ist hier feucht und rutschig vom letzten Unwetter. Es haben sich mehrere Pfützen gebildet. Oh, der Boden ist wirklich sehr rutschig. Auf dem unebenen Boden und dem rutschigen Gras verlierst du den Halt. Du wedelst noch mit den Armen durch die Luft und schon siehst du deine Füße nach vorne fliegen und schlägst mit dem Kopf auf dem Boden auf. Du atmest ein paar Mal tief durch, bevor du dich wieder aufraffen kannst. Könnte Lenz auch gestürzt sein und sich dabei verletzt haben? Vielleicht könntest du die Leiche in Augenschein sehen. Ja gut, diesen Dialog hatten wir auch schon. Mal sehen. Hm. Hm. So. Angetrieben von einem Geistesblitz legst du deine Hand in die Fütze, die sich hier gesammelt hat. Auch das haben wir schon gemacht, weil sie jetzt tief genug ist, dass er darin ertrinken kann. Genau. Lag der tote Lenz mit dem Gesicht auf dem Boden? Könnte das alles ein Unfall gewesen sein. Aber auch das bringt uns an dieser Stelle leider nicht weiter. Hm. So, hier haben wir jetzt nur noch mal die Möglichkeit, hier zu gucken, das Gartentor zu öffnen, ohne mit der Dame gesprochen zu haben, ist unklug. So, da passiert aber auch nichts. Auch nichts, wenn wir die Perspektive wechseln. Nach wie vor das Fenster. Wir müssen das irgendwie hinkriegen mit der Dame. Irgendwie klappt das sonst vorher nicht. Fürchte ich. Das, ähm. Hier passiert gar nichts sonst. Hm. Wir versuchen es noch mal. Mit der Euten am Fenster. So, hat sich hinter dem Fong etwas bewegt. Ein Gespräch mit der älteren Dame gegeben. So, bin ich denn wirklich fremd? Versuchen wir es noch mal. Oh. Geht ja schon gut los. Okay. So. Ja! Da haben wir es recht. Komm ins mal rum ums Haus. Dann erzähle ich Ihnen was. Nicht hier so am Fenster. Das sehen ja alle. Noch immer ist das Schatten der älteren Dame hinter dem Vorgang zu erkennen. Aber wir können jetzt in den Garten gehen. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft. Okay. Gartentor. Da sind wir doch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen kompliziert gelaufen. Das Tor führt in einen Garten. Das Tor öffnen. Das Tor lässt sich jetzt öffnen. Weiter. Dann gehen wir mal gucken, ob sie rausgekommen ist. Die Eude am Fenster. Ist jetzt die Eude im Garten? Ja. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Mein Name ist Schmidt. Und Sie sind? Untersuche den Tatort abgeschlossen. Yay! Im Ort nennen Sie mich immer die Fenstlerin, weil ich eh den ganzen Tag am Fenster hohe. Die Eude heißt mit bürgerlichem Namen Henriette Maurer. Da sieht man, fei ich schon allerhand. Das können Sie mir glauben. Die Leute sagen hinter meinem Rücken immer, ich hätte ja so viel Zeit. Deswegen würde ich den ganzen Tag am Fenster sitzen. Dabei ist gerade das der größte Schmarrn. Wenn ich von irgendwas gar nicht mehr viel habe, dann ist das Zeit. Das ist kein schönes Gefühl. Das sage ich Ihnen. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also, jeder stirbt. Das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage gezählt sind. Aber ich habe überhaupt erst alt werden dürfen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht wissen. Das liegt in der Hand Gottes, sagt der Herr Pfarrer allweil. Der ist schon ein guter Mann. Ja. Mei. Das mit seiner Haushälterin. Der Frau Oberlechner. Auch jeder hat ein Laster. Mir ist das egal. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon einig werden. Das ist ein guter Mann. Sogar zu dem Lenz, dem Toten, war er immer freundlich. Obwohl der sich oftmals gar nicht beliebt gemacht hat. Hat der Pfarrer eine Beziehung mit seiner Haushaltshilfe? Die Eude am Fenster hat da was erwähnt. So, neue Aufgabe. Können wir uns über den Lenz unterhalten? Den hat nicht jeder gemacht. Da am Schormaierhof geht's manchmal auch drunter und drüber. Und der Bub, der Lenz, Gott hab ihn selig, hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Geschwendnerin gerne mal aufgeführt. Dem Alkohol war er auch nicht gerade abgeneigt, wenn ich das so sagen darf. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich geh nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht wie die Leute schauen. Gerade am Sonntag geht's da allweil zu. Was war denn da los? Ah ja, ich weiß noch. Ich hab nämlich nicht schlafen können, weil mir das Kreuz so wehten hat. Nachher hab ich noch mal auf den Topf müssen. Da hab ich aus dem Fenster geschaut. Im Wirtshaus war noch ein Licht an. Und da hab ich den Schorsch gesehen. Der ist da gerade bei der Tür raus und hat umeinander geschaut. Allein war er. Ich glaub, der hat einen rechten Rausch gehabt. Ich bin ja wieder ins Bett. Mir sind die Füße kalt worden, wissen Sie? Ja, so war's. Genau. Ich bin vielleicht alt, aber blöd bin ich nicht. Die Eude am Fenster hat den Schorsch in der Tatnacht alleine aus dem Wirtshaus kommen sehen. Ach, aber was da sonst so los war, weiß ich voll wirklich nicht. Und jetzt bin ich ja müde. Ich muss mich jetzt mal hinlegen. Grüßen Sie mir den Herrn Pfarrer recht herzlich. Danke. Schorsch wurde gesehen, als er in der Nähe vom Tatort herumgelungert hat. So. Dann gucken wir mal. Langsam müssen wir uns, glaub ich, ins Wirtshaus machen. Sonst können wir wieder Ärger mit den Wachen. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wenn wir aber Glück haben, ist der Schorsch noch da, den wir fragen können. So. Hier sind wir nicht weitergekommen. Aber wir haben jetzt wenigstens die eine Aufgabe abgeschlossen. Das ist schon mal viel wert. Die Wache geht mir jetzt schon gleich auf den Zunder. Sollen wir ihn nicht quer kommen. Ach, komm. Ich denke... Wir sollten mal drauf hauen. Komm. Gib sie ihm. Los. Da haben wir die schon mal weniger, die mir nachts irgendwie in die Quere kommen. Auf ich. Also, ich hoffe, dass wir nicht so schnell despawnen. Dann gib sie ihm. Auf. Gleich hast du es. Komm. Los. Jawohl. Auf. Geht doch. Okay. Das hat schon mal geklappt. Aber komm, jetzt guckst du, dass du ins Gasthaus kommst. Sonst kriegst du nur noch mehr Probleme. Ja. Siehst du? Das meinte ich nämlich. Da kommen jetzt noch ein paar mehr. Am besten beizte dich ein bisschen, Valentin. So. Jetzt sind wir doch schon gleich da. Aber es ist natürlich niemand mehr jetzt hier. So. War da noch was? Sehe ich hier irgendwas noch? Jetzt sind nämlich gerade mal keine Wachen da. Dann kann ich da mal kurz gucken. Hallo? Nein. Irgendwie nicht. Hm. Gute Frage. So. Der Schorsch ist aber schon heim. Ich muss einfach erstmal kurz eine Nacht drüber schlafen. Und dann machen wir weiter. Das wird dann auch schon irgendwie noch. 2, 4. Nein. Wir machen bis zum nächsten Morgen. Alles andere macht keinen Sinn. So. Und da haben wir auch nochmal die Aufgabe abgeschlossen. Es wird langsam dunkel. Ich sollte schauen, dass ich schleunigst ins Mützhaus komme. Das haben wir dieses Mal geschafft. Oh Wunder. Wie schön. Freuen wir uns alle. Und ähm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Bisher. Hat sie es gut geschlafen, würde ich sagen. Ist der Schorsch? Da ist der Schorsch. Super. So. Hallo Schorsch. Kann es sein, dass du in der Nacht am Tatort gesehen wurdest? Kannst du mir das erklären? Na, da werde ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder ist das um einen Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Nein, verboten ist das natürlich nicht. Kannst du mir denn sagen, was du da gemacht hast? Hm. Ja. Freilich kann ich das, aber warum soll ich das? Ich weiß ja nicht, was dir das überhaupt zugeteilt hat. Hier stimmt etwas nicht. Er ist verunsichert und nervös und versucht etwas zu vertuschen. Ich brauche mehr Beweise, um ihn zum Reden zu bringen. Ich glaube nicht. Schorsch wurde nervös, als ich ihn befragt habe, könnte er der Täter sein? Jetzt kannst du deine Fragerei aber auch sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst. Da ganz schnell. Das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Ich will ehrlich sein, es sieht nicht gut aus für dich. Einiges deutet darauf hin, dass du etwas mit dem Tod des Mannes zu tun hattest. Was? Wo? Du wurdest in der Nacht am Tatort gesehen. Was ist das jetzt? Kannst du das erklären? Äh, weiß ich auch nicht. Das hat doch nichts zum Heißen. Und deine Jacke kannst du mir auch nicht zeigen. Dabei vermute ich, dem Täter fehlt ein Knopf an der Jacke. Da zähle ich eins und eins zusammen. So, mein lieber Schorsch, ich schlage vor, du erzählst mir sofort, was in dieser Nacht passiert ist. Sonst ist hier gleich einiges los, das verspreche ich dir. Oder was kommst du denn jetzt so ins Schwitzen, Schorsch? Ich sehe doch, dass hier etwas nicht stimmt. Na gut, lass uns immer etwas anderes sprechen. Ich glaube, wir nehmen Variante 1. So, mal sehen. Schwierigkeit 5 könnte zu schaffen sein. Puh, bitte. Ja. So. Er hält einen Moment inne und starrt ins Leben ein Bierglas. Dann bricht er plötzlich in Tränen aus. Einfach zu viel. Weiß ich gar nicht mehr. Erinnert mich nicht. Und was, wenn ich... Das war der Schnaps. Den hätte ich nicht drängen sollen. Ich habe ja am Nachmittag schon so ein Sitzen gehabt. Das sage ich ganz ehrlich. Und dann im Wirtshaus. Ich weiß einfach nichts mehr. Das ist weg. Als erstes hast du gesagt, ich hätte mich geschlägert. Das war ich gar nicht mehr. Und dass ich dann am Tatort gewesen sein soll. Der Lenz liegt da. Der Schlang. Das ist alles so furchtbar. Ich weiß nur mehr, dass ich dahergekommen bin. War ja Sonntag. Da treffen sie alle in der Wirtschaft. Was nachher war. Ich weiß einfach nicht mehr. Ich versuche, mich zu erinnern. Aber da ist einfach nichts. Mein Janka finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Bei der Karte ist er nicht liegen geblieben. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Bitte, Valentin, sag mir, was du weißt. Was habe ich gemacht? Habe ich wirklich einen Lenz da schlagen? Beruhige dich. Ich weiß auch nichts mit Sicherheit. Bisher habe ich nur Hinweise. Was wirklich passiert ist, muss ich erst herausfinden. Alle Hinweise deuten in deine Richtung, Schorsch. Ich glaube nicht, dass du deinen Kopf aus dieser Schlinge ziehen kannst. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du etwas mit dem Mord zu tun hast. Natürlich gibt es diese Indizien, die beweisen, aber noch gar nichts. Wir nehmen eins. Valentin, du bist doch so ein Gescheiter. Kannst mir du bitte helfen auszumfinden, was ich in der Nacht gemacht habe? Ich muss wissen, was da passiert ist. Keine Sorge, das finden wir heraus. Zunächst müssen wir wissen, was du am Tatort gemacht hast. Super, Valentin, das machen wir. Und wir müssen deine Jacke finden. Ja, freilich. Den Janka müssen wir auch finden. Und, äh, woher machen wir das? Ich denke, wir müssen den Amtschritt für Schritt rekonstruieren. Es wird das Beste sein, wenn wir den Amt gemeinsam durchgehen. Hm, wir nehmen, ich denke. Wir müssen den Amtschritt für Schritt rekonstruieren. Mal sehen, ob wir das schaffen. Hm. Ja. Yes. Das weißt du jetzt was genau. Wir versuchen alles so zu machen, wie du es an jenem Amt gemacht hast. Von Anfang bis Ende. Das heißt, wir müssen irgendwie auf den gleichen Pegel kommen. Kati, bring uns noch eins. Ach, besser gleich zwei Bier für jeden. So, dann finden wir mal heraus, was du an dem Amt getan hast. Hoch die Gläser. Valentin, das ist alles für einen guten Zweck. Sauf einer in deinen bläden Schädel. An schon. Und dann hat er zu ihm gesagt, Was schockst du denn jetzt so blöd? Verstehst? Schockst du so blöd. Weil er ihm doch das eine Auge mit der Mist gab. Verstehst? Ein Prosit auf unseren König Ludwig den Zweiten. Lang lebe ich dir König. Prost, Valentin. Ja. Ich hab ihm gerückt, gegen die Sau abreißen eine Kugel abgerückt. Bloß ein Streifstuss, halb so blöd. Mit einer nicht verfluchten Zundennadel. Die haben gleich dreimal druckgeschossen, wo wir mir noch am Nachland gewesen sind. Verreckte Sau abreißen. Ich sag's dir. So schnell. Das ist eine Geschwindigkeit, Valentin. Das ist da keiner gewohnt. Ich sag dir, das ist alles so natürlich. Ob der Herrgott das will, dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's dir nicht. Das ist schon was anderes, so ein Gehirg. Das wünscht mir auch seinem ärgsten Feind nicht. Das ist nichts Menschliches, nein. So muss man das Menschsein ablegen. Und das sag ich dir, Valentin. Das sag ich dir. Das Menschsein, das kriegst du nimmer zurück. Jetzt weiß ich. Ich hab gewiesen, was zum Trinken mitgenommen in der Nacht. Die Flaschen müssen umeinander liegen irgendwo. Die müssen wir finden. Hä? Okay, Aufgabe abgeschlossen. Ich sollte mit Schorsch vorlaufen lassen. Neue Aufgabe. Schorsch war wohl noch unterwegs. Eine Spur aus leeren Flaschen hat er dabei hinterlassen. So, wenn ich der Spur folge, kann ich vielleicht herausfinden, was er getan hat. Mhm. Okay. Wir haben jetzt wieder den traumhaft schönen Ladebildschirm und hoffen, dass es gleich weitergeht. Aber es ist wieder Abend. Das ist jetzt blöd. Und von daher, ihr Lieben, ich glaube, unsere Zeit ist so weit um und wir machen da einfach in der nächsten Folge weiter. Malzahn. Ja, ich glaube, Untertitelung des ZDF, 2020